Kennen Sie das? Sie sind sich nicht sicher, ob Sie das Geld, das Ihnen zusteht, auch wirklich bekommen werden. So geht es gerade Anna. Sie will ihr altes Auto um 3.000 Euro verkaufen. Mit dem eingenommenen Geld kann sie sich endlich den lang ersehnten Urlaub leisten. Auf ihre Gebrauchtwagenanzeige meldet sich Max. Sie kennt ihn zwar nicht, aber er unterschreibt den Kaufvertrag sofort und nimmt ihr altes Auto gleich mit. Max versichert Anna, den Kaufpreis umgehend auf ihr Konto zu überweisen. Das läuft ja super. Anna freut sich über das gute und einfache Geschäft. Sie bucht Flug und Hotel. Nun steht ihrer Reise nichts mehr im Weg. Oder doch? Eine Woche später ist immer noch kein Geld auf ihrem Konto. Sie fragt sich, was soll ich tun, wenn er nicht bezahlt oder plötzlich weg ist oder gar kein Geld hat? Wer garantiert mir, wer versichert mir, dass ich das Geld auch wirklich bekomme? Wie soll Anna die Reise bezahlen, wenn Max nicht zahlt? Alles steht auf dem Spiel. Wie Dominosteine fallen ihre Urlaubspläne um. Doch alles geht gut. Max lässt sich mit der Überweisung einfach Zeit. Die Verzögerung bringt Anna aber ganz schön ins Schwitzen. Nun ist das Geld endlich am Konto, wenn auch mit ziemlicher Verspätung. Es hätte aber auch anders kommen können. Max ist pleite und alle Versuche, an das Geld zu kommen, sind vergeblich. Nicht nur der ganze Ärger mit Polizei und Anwalt. Anna kann sich den Urlaub nicht leisten und muss dem Reisebüro Stornogebühren bezahlen. Wäre Anna eine Unternehmerin und Max einer ihrer wichtigen Kunden, dann wäre der Schaden viel größer. Ein Zahlungsausfall kann die Existenz der eigenen Firma kosten. Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, Lieferanten verlieren Geld und werden oft selbst mit in den Abgrund gerissen. Damit so etwas nicht passiert, gibt es die Prisma Kreditversicherung. Prisma prüft vor dem Kauf, ob der Kunde Max liquide ist und warnt die Unternehmerin Anna bei einem berechtigten Verdacht vor einem Zahlungsausfall. Für den Verkauf des Autos kann Anna dann einen anderen zahlungsfähigen Kunden suchen. Hat aber Max bei der Überprüfung durch Prisma eine weiße Weste, kann Anna entspannt sein, ihre Traumreise buchen und auch bezahlen. Denn wird Max wieder erwarten, doch pleite bevor er bezahlt, übernimmt Prisma den Zahlungsausfall. Gut, wenn ein starker Partner wie Prisma im Ernstfall zur Stelle ist. Sie wird auf den Weg gehen, Herr St fundiert, mit dem Platz geben. Sie wird auf da, weil sich ein ins